so steht jetzt hat er den umge- die direkte umgebracht oder den Vargas laut Vargas ist das Boot direkt darunter shit keine Ahnung gehen wir nach draußen und finden's raus abhauen schnell das Fenster okay komm 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 Dach ist offen ich seh den Leuchtturm nicht Lauf Freunde einfach weiterlaufen schnell lauf zur roten Tür ist immer wichtig ah scheiß oder auch nicht Mist noch eine Sackgasse die Feuerleiter Nelson bring mich da hoch Hallo Sam Na komm schon Sam los lauf ah shit oh god oh Sam okay ich dachte du vertraust ihm tue ich gewissermaßen gewissermaßen genau er wird ohne uns abhauen oder nicht wenn wir schnell sind schnell komm schon wir schaffen das ja damm dieser Ort ist ein Irr ja als wollten sie nicht das wir abhauen oder so ja Amigo hey Ralph schön dich zu sehen weg uns die Leute runter fast geschaffen ja okay ok ok schön schnell weiterlaufen ¡Vamos! ¡Vamos! Lass das Kreuz nicht fallen. ¡Verdammt! ¡Verdammt! ¡Brennt zur Wand! ¡Jetzt! ¡Veiter! ¡Verdammt! Elfor Tower, ¡Verdammt! ¡Sam, hermano! ¡Verdammt! ¡Verdammt! ¡No! ¡No! ¡ сер link! ¡Sam! Die andere Hand! Los, hoch! Nein! Wir müssen weiter. Nein, er ist doch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist aufs anderen Seite. Nein, ich kann nicht. Ich lasse ihn nicht hier. Nate! Dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Wie du willst. Was ist da jetzt passiert? Ich hätte eine andere Richtung gedrückt, aber gut. Sam! Oh Gott, nein. Nein. Oh, Sam. Wir haben unseren Bruder verloren. Oh, no. Okay, ich muss weiter. Oh Gott, nein. 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 Musik 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 Okay, ich bin jetzt auf dem Grund. Okay, laut Signal bist du bei den Koordinaten. Eine Spur von der Beute? Nein, noch nicht. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Okay, ich schwimm Strom abwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar. Ein Job in Malaysia. Kapitel 3. Hey, deine Flasche ist nur noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, warst du das. Ich finde ihn. Okay. 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 Ah, da ist er ja. Ich hab ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Was haben wir denn hier? Okay, ich sehe die Fracht. Die meisten Kisten sind wohl noch da. Weißt du, wie viele? Dafür muss ich wohl reingehen. Warte kurz. Okay, dann mal los. So. So. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Wie viele genau? Mal sehen. Da sind eins, zwei, drei. Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erst mal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaff das. Aha. Hab eine. Ach, Mist. Die Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erst mal die andere Kiste. Dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Wahrscheinlich. Hab die andere Kiste. Da war es. Nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Und rauch damit. Okay. Eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Und nach unten. Okay, ist in Position. Häng den Anhänger dran. Wir heben ihn ein Stück an. Okay, hab das Seil. Ich versuche es, um eine der Achsen zu schlenken. Das sollte gehen. Ja. Oh, no. So, jetzt. Okay, eins hab ich. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Das passt schon. Einmal drumherum. Und noch einmal drumherum. Und. Das Zweite. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay. Mach Platz. Wir heben ihn an. Ich bin soweit. Und hoch damit. Okay. Reicht das? Ja, locker. Lass ihn nur nicht fallen. Wir werden sehen. Okay. Ich hab die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Komm schon. Und rauf damit. Los. Komm schon. Geht doch. Oh, Mann. Fertig. Die Ladung ist komplett und erfasst. Ich hab noch Sauerstoff für fünf Minuten. Oh, Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Alles klar. Okay, ich bin bereit. Hol mich hier raus. Wird gemacht. Und aufhärts. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, besser, seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche nach Fisch stecken. Okay. Wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht's euch, Jungs? Wir haben es geschafft. Unser neuer Job. Nach kleinen Scherz jetzt suchen. Schön, dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freu mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. Der Tank ist echt leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? 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 Vielen Dank.